Ich bin froh, dass hier keine Eier rumliegen. Das fehlt noch. Nicht in dieser Welt. Danke, danke. Das war echt gemein. Und ja, wir müssen alles kaputt machen. Es gibt nämlich Metall und mit dem Metall können wir unsere Sachen aufwerten. Das wir nie machen, weil wir zu geizig sind. Und ich dann am Ende vom Spiel sagen kann, guck mal, so viel kann ich noch aufwerten. Ach man. Ich will ja nichts sagen, weil sonst passiert es, aber jetzt sind schon lange keine Gegner mehr gekommen. Ja, ich weiß auch warum. Das ist ein Grund. Ein Boss, aber wir hatten keinen Abspeicherpunkt. Das ist kein Boss. Nee, es ist feuchtendes Licht. Ach so. Das ist eine Area Wechsel. Oh, schade. Es ist ja so schade, dass wir von dem Alien verseuchten Ding wegkommen. Ich freu dich nicht zu früh. Vielleicht ist das einfach nur noch weiter tiefer rein. Ja, mach mir doch mal Mut hier. Ja, toll. Hä? Okay, es sieht absolut identisch aus. Wir sind jetzt aber nicht zum Anfang gelaufen, oder? Mhm. Ah, okay, ich seh's schon. Oh, das wird lustig. Einmal am Lagerfeuer chillen und dann geht's wieder los. Und es geht schon wieder los. Nee. Und es geht schon wieder los. Boop, 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 boop. Boss time. Wie du mal als erstes? Halle der Gläubigen. Das ist nichts für mich. Jetzt verbrennst du einfach am Lager. Ja, instant. Soll ich eh drücken? Kannst du? Ich muss immer alles ankrabbeln. Alle Knöpfe. Drücken. Alle Schalter umlegen. Oh nein. Mumien. Oh, Sarkophag. Vampir. Die haben spitze Zähnchen. Vampir. Vampir-Mumien? Ja, Vampir-Hybrid-Mumien. Cool. Schatten-Regenerator und spitze Regenerator. Nein, nein, nein. Die regenerieren sich immer nicht. Aber was? Das macht den nicht. So schnell wie die Leben verlieren, kommt's doch eine andere Form. Hielt auf den Kopf, der leuchtet so schön. Wow, 576 Schaden. Das war ja gut. 979 Schaden. Der hat fast versucht mich tot zu zaubern und hat's geschafft. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ja. Okay, okay. Wenn die grad auf dich fixiert sind, dann hol ich ihn kurz. Ja, verdammt. Der zaubert, der zaubert, der zaubert! Hab dich! Ich bin überlebenswillig, oder? Wir können hier schon offsch genug? Oh nein. Kleine Fuzzis. Oh nein. Heißt euch. Von mir. Der eine ist tot. Das war, glaub ich, ein Fehler von mir. Jetzt müssen wir suchen. Oh, fuhr. Shit. Äh, ich muss mich mal ganz kurz heilen. Hilfe. alle kommen alle klar nicht so ganz ich hab jetzt einfach schade ich hatte zwei möglichkeiten wie die funktionieren aber anscheinend waren sie einfach nur schwach ihr habt euch einfach nur von anfang ein richtig verhalten ja wie kann man das nicht machen na bei manchen bossen muss dann beide gleichzeitig töten das dachte ich also entweder dass sie sich dann fusionieren oder das dass man beide gleichzeitig umbringen muss ja das hatte ich jetzt auch gedacht aber sie waren einfach schwach wach und lummelig wir sind einfach zu krasse gamer wir haben schon zu viele spiele gespielt jetzt kommt der einzige und jetzt mal ein bisschen parole gebeten hat war der baum und auch nur weil wir erstmal herausfinden mussten wie wir strategie mäßig vorgehen und weil ihr habt den vergessen dass ich teilt das war ja der baum ich dachte ja mal den großen baum den kleinen teile der große baum war ja auch keine schwierigkeit ne der war ja das dachte ich mich irgendwie grad so und ja da lag ich gleich lange wegweilen okay wir sollen wir machen wir mal zurück und ein bisschen auflaufen oder machen ja okay ich glaube ich drei marschen wieder unten gewesen wo ich gefangen hätte man muss aber noch zu meinen die hände klatschen und jetzt wird so und währenddessen noch niesen eine wasser kaputt gemacht hier gibt es was am grill da sage ich doch barbic die musik ist folgt aber das wäre alles schütten ist die musik sehr friedlich warum greifen die uns an ich meine die lösung wir werden mit maschinengewehren hier rein aber auch breiten ich denke mal der könig mag uns nicht aber er kennt uns gar nicht aber für die sich mehr fremde ja aber ich greife trotzdem nicht wenn ich jemanden noch nicht kenne dann gehe ich auch nicht in die stadt und mache das mal ja du nicht außerdem sind die hier haben jetzt schusshoffen keine sperren mehr die sind fortschrittlicher die sehen auch irgendwie dünner aus ja menschen ähnlicher und die hunde hielt ich teilweise sehr ekel wieso schon noch sehen wenn du denkst gegen kopf das war ein normaler wenn es gibt es auch noch andere ok da kommt wieder hoch die verstecken sich auch und machen richtig hier ich habe hier irgendeine beschwerung zu ziehen aber der steht ganz gut gerade gut dass wir ganz woanders nachgegangen sind ja wir sind immer weiter vorgeprescht kommen wir nochmal zurück alles gut ich hab mich schon tot alles super ach okay ich bin cool alles gut wird jetzt winken aber ich weiß nicht wie man Emotes machen kann ich höre nicht irgendwas getappt war es und dann keine ahnung ja ich bin ja mit Kontrollern dann haben wir keine Ahnung ich habe einen leuchtenden Stab gefunden wofür auch immer der ist ok er leuchtet ich hab ihn aufgenommen das ist gut die wichtigsten Eigenschaften sah wichtig aus entweder es glitzert oder es leuchtet wo raketen der vater knabe ja das war sehr lieb von dir vielen dank vielen dank das war echt super ok da oben sind Hunde aber aus dem lesen habt ihr hier nicht so viele komische Hunde auf der anderen Seite wow keine Ahnung aber die Hunde sind hier eklig ich hab auch keinen gesehen ja die sind hier auf meiner Seite wobei Aru war kurz auf der anderen Seite drei Stück voll geflauschter Hund muss zu Aru Autsch ich hab hier wieder einen dicken der hat mich genutzt Entschuldigung das war zu ähm zu schnell der hat mich umgerollt wow wie hat der mich gerade erwischt ich bin ausgewichen genau der hat mich gerade kann ich gerade gewesen sein aus Versehen der hat mich gerade voll mitgenommen und dann war er vorbei äh ok nicht so blöd gerollt Entschuldigung ich war noch in meinen Sniper Modus und dann hat er mich das erste Mal geholt dann konnte ich irgendwie nicht wegrollen weil ich zu dumm war und dann war ich tot also ich war der Meinung ich bin gerade ausgewichen aber der Gegner nicht also hu fast hätte ich das letzte Herz für mich benutzt hehehe ja das wäre bestimmt mir passiert so ich heilte pass auf da hinten schießt irgendwo jemand ach ich blute auch noch sehe ich gerade ich kann nicht aufheben wenn du stirbst aber ich kann gerade keinen Heilpferd schmeißen ich habe Verbände ich weiß ja nicht von da jetzt habe ich noch erst tot 1200 boah ich mache echt cool schaden schon gehört meine Waffe Liebe also eine um die Ecke jetzt nicht mehr aber eine um die Ecke ich will die Kiste 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 ich will Kiste weiß die Kisten sind hier irgendwie nicht so besonders weil nur Metall und so rauskommt trotzdem Kiste Kiste ich wollte erst looten bevor ich das zerschlagen habe das ist gerade falsche falsche Dings die Hunde tun mir trotzdem neid ich mag das gar nicht ich würde die Neuen gerne mal sehen ich hab nur ganz kurz so wie die ähm wie die Maulwürfe do io hahaha Hilfe den hab ich nicht gesehen Beschwerer es schwebt da noch ich kann dich nicht holen wenn es da noch rumschwebt ich kann nicht schießen uisch ach shits aber er isk doch ja aber er kommt ich hab hier ein ist ok Beschwerer ist tot oh haytan schwebt äh sollte eigentlich nicht durchgehen ich wollte ich gleich was mache ich denn ok absolut kein bock auf mich jetzt müssen wir schnell Aru helfen da kommt ne hund da kommt ne flasche hund flasche hund flasche hund flasche hund flasche hund ja lasst euch Zeit Hallo wie gesagt lasst euch Zeit der hat gepufft als er gestorben ist ach die sehen einfach nur klein und bullig aus wie so kleine Dinosaurier wie so ein Mini Wallach sagt ja ja nein ich hab Dinosaurier gesagt aber du meintest was er sagt ich konnte vorhin nicht schießen der hat einfach mit ihrer kleinen Pistole nicht mehr befeuert aber er hatte noch Munition alles egal ich hab's überlebt gibt's Gegner die das ähm blocken können dass man schießt äh weiß ich grad nicht ok glaub aber nicht oh der Schaden ist so nice alter das ist echt das Richtige für mich hier ich kann's zwar nicht so gut aber ich mach das voll gerne ich hab eigentlich auch fein geschadet der Kletterer er hat bis jetzt 50 mal über irgendwas gesprungen anscheinend Kiste wow irgendwo ist einer mit dem wow ja ja er hat mich voll getroffen ich bin aus dem Haus rausgegangen und dann hab ich's grad ins Gesicht gekriegt die Leiche ist äh runtergefallen das war witzig oh ja ich hab die Ecke direkt auf was dieser Luft da war so ein strahlenfurzi ich hab ihn nicht gesehen ja ich hab's gemerkt tut mal leid ich hab ihn nicht gesehen oh ein Dinosaurier hat keine Herzen mehr er hat kein Herz was ach da oben ok der denkt sich auch nur hm Aron ne muss mal los Entschuldigung ne war ja meiner schuld ich bin einfach aus dem aus die Tür rausgegangen und dann hat mich der Raketenwerfer erwischt und dann kann ich andere Sachen auch da wählen wup 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 ja ich mach's kaputt aber sammelt's nicht ein auch gut da hinten ist irgendwas oh yeah ja okay verstecktes augenlosen ey gut viel uuuh der sieht nur so klein aus nicht spoilern hier ich sag mir der sieht nur so klein aus uuuh uuuh schmerze uuuh ich brenne uuuh roll dich Tommy rollen uuuh 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 doch ここ uuuh 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 u promises uuuh 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 uuuuh Boah, ja, ich stehe raus, das ist klar. Entschuldigung. Na? Ja, jetzt habe ich es aber nicht mehr. Es müsste weg. Ja, ich auch nicht. Halt euch! Kommt ins Feld! Danke! Hint uns! Hint uns! Ja, verdammt! Hint uns! Hint uns! Ja! Obwohl er das nicht durfte! Oh Gott, ich sterbe gerade! Ich kann gerade keinen halbischen Schmeißen, tut mir leid! Alles gut! Wichtiger Waffenmann! Aber mit den, äh, also die Schutzschilder waren gerade richtig geil! Ja, die waren super praktisch! Ja! Da kocht man sich was zu essen, dann hat man keinen Hunger mehr! Was hast du dir denn gekocht? Gibt es denn noch irgendwas zum Lesen? Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden! Aber gut, ich glaube auch nicht, dass dieses Volk hier sich Sachen aufschreibt! Hm! Aber ich hatte nur noch 14 Schuss, also es war knapp! Ich weiß, ich habe 10 Munitionskisten! Ich weiß! Nö! Mindestens! Ja, aber dann hätte ich nur noch 9 und es sieht doof aus! Dann gar nicht mehr symmetrisch! Genau! Tschau! Na, ist aber auf der anderen Seite rausgekommen! Das gesäuberte Ödland, da waren wir schon mal! Mhm! Wir sind jetzt da rausgekommen, wo es zu diesem komischen Typ hier reingeht! Da ist was Lierendes! Wüsst? Wow! Okay! Band des Wissens! Na ja, haben oder nicht? Haben, ja! Jep! Ich kann endlich andere Sachen skillen! Nein! Sag los, du hast du schon fertig! Nein! Ich will auch was anderes spielen! Ja, ich hab jetzt auch 20! Gott sei Dank! Ich hab jetzt auch 20! Ich hab jetzt auch 20! Ich hab noch zwei! Also ich hab noch zwei Skatepunkte verfügbar und hab schon noch zwei! Oh ja! Gib doch an! Mhm! Mhm! Oh! Tomatensalat! Iiiih! Fehlt da! Uh! Lecker! Hat man keinen Hunger mehr? Du isst es jetzt gefälligst! Okay! So! Kann wir es reinstecken? Oh! Den leuchtenden Stab? Nein! Da in seine Brust kann ich nicht mehr sein! Kann ich was reinstecken? Okay! Hallo! Ich hab jetzt eine Mission! Oh! Hallo! Ich sehe nicht so gut! Aber einen neuen Kunden erkenne ich sofort! Ja, klar! Gleich den Hund ankrabbeln! Oh mein Gott! Er sieht ein bisschen ledig aus, kann das sein? Ist wunderschön! Okay! Ja, aber auf den zu streicheln! Ich will auch! Ja, schießen dich, wenn du da nicht gleich weggehst! Ich lass es drauf ankommen! Tami ist da... Tami ist da rigoros hier! Ja, ja! Ich lass es drauf ankommen! Bitte! Ich hab nicht geschossen! Geh jetzt weg! Das ist jetzt der nächste dran! Such dir nach Informationen! Diese Besitzer erheben sollen! Ist das süß! Ja, sieht ja schon leicht lädiert aus, aber... Ja, aber die Animation ist ja mal voll knuffig! Ja, oder? Und der liebt einen! Und das... Oh mein Gott! Geh mal weg jetzt hier! Guck mal! Der macht das genau richtig! Erst darf er an der Hand riechen, dann darfst du ankrabbeln! Und das hast du dir Titanus geholt und... und... Das ist egal! Und stirbst an der... und stirbst an der Pest! Willkommen! Auf der... Suche nach Nahrung? Heilmittel? Dann seid ihr hier richtig! Ihr riecht nicht wie die meisten hier! Nicht das Ödland! Nicht nach der Zitadelle! Woher stammt ihr? Ich find den nett, deswegen würde ich den jetzt nicht anlügen! Ja! Ja! Das erklärt es! Ich habe eure Arten noch nie zuvor gerochen! Aber trotzdem war das für mich kaputt! Ja! Ihr macht gerade im Hintergrund die ganzen Narren kaputt! Oh Gott! Ich nicht! Ich streichel den Hund! Äh... Erstmal... Erstmal handeln! Sehr gut! Ein Tauschgeschäft! Ich habe viele Waren zu bieten! Oder... Seid ihr vielleicht an meinen Geheimnissen interessiert? Ja! Und wir können nachher auch labern! Erstmal sehen wir, was ihr habt! Okay! Zeig mal, ja! Blutwürze! Elixier des schweren Wassers! Entfernt den Effekt bestrahlt! Uh! Und Munitionsküsten! Aber ich hole mir mal dieses... Elixier... Zeugs! Schmuckstücke! Ammonet des Heilers! Drachenherzen heilen alle Verbündeten mit 100% Basiseffektivität und die gesamte Heileffektivität wird um 50% erhöht! Tami, was für dich! Mhm... Ich kann ihn aber gerade nicht anquatschen! Ähm... Juwel der Schwarzen Sonne! Erhöht nach Töten eines Gegners mit einem Fernkampfangriff den Fernschaden 20 Sekunden lang um 7% ist dreimal stapelbar! Ist das für mich, oder? Das Problem ist... Ich habe einen Ring drinnen mit doppelter Munition und einen Ring drinnen, was schon Fernkampffschaden besser macht! Glaube ich... Das... Das geht... Bis 21% mehr Schaden! Der Ring geht das bis 21% mehr Schaden! Wobei der Mono, wenn du tötest! Das ist für Bosskämpfe nicht... Unbedingt immer gut! Denn ich lasse das mal! Aber ich würde den... Ihr könnt gleich mit dem Quatschen, ich würde aber gerne noch ähm... persönliche, persönliche Fragen stellen! Ich würde mein Bestes tun, um sie zu beantworten! Ist voll nett! Ein uraltes Monster! Ein Relikt aus einer längst vergangenen Ära! Ich habe es vor vielen Jahren gefunden! Weiß aber nicht, wie es funktioniert! Aber vielleicht sollte man es aufgrund seiner Größe lieber als Statue nutzen! Ich werde mein Bestes... Ah, gewiss! Die Buri verbessern oft ihre eigenen Körper, um sich zu stärken! Das habt ihr sicher schon gesehen! Die auserwählten Ivri erhalten beispielsweise mächtige Kristalle, die einzigartige Geschenke und Visionen gewähren! Sehr clever! Ihr habt in der Tat ein gutes Auge! Oder mehrere! Nein! Watts Mask ist nur zur Dekoration! Die Qualität meiner Waren ist meine Stärke! Ja, aber du hast echt nicht viel anzubieten! Was braucht ihr? Ein Blinder hört vieles mit! Geheimnisse, die anderen vielleicht entgehen! Ich weiß vieles! Für 100 Altmetall werde ich euch eine Information geben, die ihr garantiert nirgendwo anders zu hören bekommt! Haben wir 100 Altmetall? Haben wir über 6000 theoretisch! Viele wissen nicht, dass es zwei Arten von Buri gibt! Die Sul und die Kari! Die Sul sind sehr groß gewachsen! Tatsächlich steht ihr direkt vor einem! Aber die Kari sind weniger bekannt! Kleiner, schneller, Meister der Jagd! Haltet eure Augen offen! Schön mit euch Geschäfte zu machen! Also das waren dann grad die Kleinen in dem Gang, oder? Die Kari! Wurde schon, müssten das gewesen sein, ne? Die Kari waren einst Priester! Diener und Anhänger des ewigen Königs! Jetzt nicht mehr! Heutzutage glauben sie, dass der König ein Ketzer ist, der sterben muss, damit der Wächter wiedergeboren wird! Irren sie sich? Das ist schwer zu sagen, bis der Wächter wieder aufersteht! Es gibt einen ausgestoßenen Buri, der mit den Klötern des Ödlands lebt! Er war einer meiner Stammkunden, bevor er einer von ihnen wurde! Vielleicht habt ihr ihn bereits kennengelernt! Aber ihr wisst das nicht von mir! Das Ding in seinem Kopf ist kein Kristall oder Schmuck! Es ist ein selbst eingepflanzter Stab, um die wir zu steuern! Gehrt wohlbehalten zurück! Aber für diese spärlichen Informationen gebe ich ihnen nicht jedes Mal 101 Altmetall dazu, bin ich viel zu geizig! Entschuldigung! Dann bin ich zu geizig! Ich mach hier noch ein bisschen was kaputt, um die 100 Altmetall wieder reinzukriegen! Oh, Checkpoint! Wollen wir denn da unten nochmal lang gehen und durch die Tür gehen? Weil das haben wir ja nicht gemacht! Oder wollt ihr dann gleich in die nächste... Wir müssen jetzt erstmal nochmal kurz mit dem Quatschen! Ich frage ihn grad weiter aus, ja! Hm... Wie? Verballert nochmal Altmetall! Ja, ich hab über 8 Hautkolle entsteckt! Was hat er jetzt noch erzählt? Dass Eslans große Schwäche ist, dass er glaubt, niemand könne ihn herausfordern! Oh, leider habe ich keine Geheimnisse mehr für euch! Aber dafür habe ich dieses besondere Rüstungsteil! Seht es euch an! Ich hätte es jetzt nicht bekommen! Ja, weil du geizig bist! Wir kommen zurück! Sehr gut eintauscht, ich helb! Alle meine wahre... Ist das Rüstungsteil wenigstens gut? Oh, meine Rüstung. Okay. Ich warte auf eure Rückkehr. Willkommen zurück. Was braucht? Ich habe bestimmt. Das ist halt ein bisschen nervig. Oh, die sieht sogar relativ schick aus. Oh, die Rüstung sieht schick aus. Warum sie jetzt aus, das hätte ich einen Hund am Handgelenk. Doch, die sieht echt hübsch aus. Oh, okay, das ist nicht so schlecht. Trotzdem, ich habe einen Hundeschädel am Handgelenk, oder? Aber wie viel? Ach, kostet nur Geld, ja. Dann rennen wir jetzt alle so rum, ja? Nee, Knochenkluftgang. So, Amoulette des Heilers. Ja, das brauche ich auf jeden Fall. Okay, der Helm ist... Ich warte auf eure Rückkehr. Warte, ich will auch noch... Okay, also war Woden. Ja, okay, lass den mal lieber aus. Willkommen zurück. Was braucht ihr? Ich glaube, trotzdem müsste er dafür Hunde umgebracht haben. Ich habe bestimmt etwas... Dann trage ich es nicht. Blutrausch. Uh, die ist aber echt gut. Und ich finde geil, dass die schon auf plus 5 ist. Dass du das, ähm... Ja, das ist das, was... ...du mit deiner anderen Rüsselschaft gemacht hast. Na ja, das finde ich aber voll cool. Mhm. Kehrt wohlbehalten zurück. Es tut mir leid, wenn wir jetzt alle gleich aussehen und wenn es Leute stört. Aber ich finde die ist eigentlich echt gut. Und die ist wesentlich, ähm... ...besser von der... ...von den Werten wie... ...meiner. Außer die Schuhe. Doch, die Schuhe auch. Entschuldigung. Ich kann nicht zählen. Ähm, ja. Doch. Cool. Ja, dafür sind die Widerstände ein bisschen schlechter als Zeros und die Feuer hat aber... Nee. Oh, ich verklick mich immer. Äh, Asura, was hat denn der... ...der... ...die Eigenschaft Good Boy? Was macht die denn? Ich hab die nicht bekommen. Welche Eigenschaft? Als du den Hund gestreichelt hast, hast du die, ähm... ...Eigenschaft bekommen. Guter Junge. Aber ich hab die nicht. Wut? Mhm. Stand dran. Gibt die auch nicht. Was? Aber da stand unten eine Eigenschaft bekommen. Das ist vielleicht eine Errungenschaft? Aber das sah genau so aus wie eine Eigenschaft, also ich bin mir... Also ich hab jetzt grad nochmal geguckt, ich hab keine. Okay. Die letzte Dichtigkeit, da muss ich Überlebenswille. Äh, das ist... Also ich hab gesehen, dass es eine, äh, in der Skifahrt waren. Echt? Oh, Entschuldigung, na, hab ich mich verguckt, dann hab ich... Also gehen wir jetzt nochmal unten, unten geradeaus oder gehen wir oben zum Checkpoint? Ich hätt gesagt unten nochmal geradeaus, oder? Ja.